Willkommen zu Dich! Zurück zu Dreadlinz! Ich bin überhaupt zu weit Lanz. Wir sind die Goldfingers Auto hier. Die Schnauze raus. Und sind unterwegs zum nächsten Convoy, den so wie überfallen. Den haben wir fast wieder verpasst. Jaa! Und ich bin schon mal bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Sogar zu breit für das Fenster hier. Ich bin einfach zu den Fenster gespart. Wenn ich das nicht, dann bin ich es kaputt gemacht. Das Bezahlstunde. Kann ich mir mal einen Rote? Kann ich mir mal den Rote? Kann ich mir mal die Rote? Der Rote? flanken aus Weltliefer die Fäckte sich ich glaube in die der Aufliegen besser nur die Posterhof er noch mal wo wir den Scheiß bis zu kommen ich glaube dass die andere Knarre nehmt euch mehr Schuss. Je. Ich muss schon mal ein MG zulegen. Ja, später. Muss ich an die Wachenkiste. Mit I kannst du das auch sogar einfach so. Ach, mit I kann man das auch? Ja. Ja, nach... ey. Ja, nach dem Konvoi mach ich das. Ey, das ist sogar der von vorher. Dann müssen wir den hier holen. Scheiße, dürfen die kaputt machen. Ja, den schon, aber... Ja, aber der bremst dann den ab. Jetzt verpiss dich. Ah, der bremst. Aber die Reifen dafür doch zerschießen, oder nicht? Er steckt aus. Er schieß ihn. Oh, da markiert den. Wir müssen den fahren. Das ist kein Nachschub. Wir müssen mit dem fahren. Ach so, ne. Nein, nicht einsteigen. Ah. Wir markieren nicht einsteigen. Wir müssen hinten machen. Und haben gesichert. Wir müssen 2.500 Punkte. Boah. Boah. Ihr Nomad. Der Konvoi ist sicher. Grazia, familia. Meine Leute, ich lade nach. Komm, wir haben es offen. Die sind gerade aus weitergefahren, der zweite Konvoi. Alle Räder haben das Volk vorbereitet. Ein Ruf zu den Waffen, den wir von Staco aus senden wollen. Santa Blanca wird truppenlos. Schau, ich war... Hier bei den Missionen, wo ich doch zu euch zugespampt hab. Mit allen Spielen so geil und so. Oh. Ich nehme das mit. Schalldämpfer drauf. Ja, sondern der Emner sich da ausrüst, so trinne ich schon mal hin. Jawohl. Schalldämpfer drauf. Hier steht ein Hammer mit. Schalldämpfer drauf. So. Das nehme ich mal mit. Ausrüsten. Ich habe noch keinen MG. Dann bleibe ich aber bei der, wo mir hier stumm wäre. So, wir haben jetzt ein Problem. Wenn wir auffliegen, dann fliegen die mit dem Heli weg. Dann fliegen die mit dem Heli weg. Dann fliegen die mit dem Heli weg. Ja. Ja, dann. Sneaky Peaky. Hab ich vor. Weil ich habe ja jetzt auch ein Scharfschützengewehr eingeschalldämpftes. Aber es stehen 20 Stück um den Heli rum. Vier Stück. Ja. Das ist echt scheiße. Aber ein erhöhter Punkt wäre halt auch geil. Ja. Gibt es, glaube ich, nichts. Warte jetzt, bis mal der Andi hier vorbeikommt. Der Andi mit den zwei Balken da auf dem Kopf, oder was? Ich weiß nicht. Was ist das eigentlich für ein Andi? Ist das der einzige, der das fliegen kann? Glaube ich nicht, oder? Keine Ahnung. Der Pilot wird wahrscheinlich der Gelbe sein, oder? Nein, warte mal. Wir müssen den Heli stilzen. Na ja, aber wir müssen doch was für die Typen töten. Oh, der hat mich fast gesehen, der Typ. Ah ne, den Heli müssen wir gar nicht holen, aber der ist für uns Nachschub. Wäre ganz gut, dass wir den... Na super. Ach du, Kaffee. Jango ist tot. Na ja, der an den Heli will, knall ich einfach ab. Ha, soviel zum Thema mit dem Heli wegfliegen. Nicht mit mir. Boah. Oh, da ist eine Ordenskiste, oder? Ah ne, ist nur ein Müsli-Karton. Scheiße. Wer hat Lust, einen Rebellen-Sender zu aktivieren? Hier steht, wo wir einen inaktiven finden. Oh, Katari hat Eier, das muss man ihm lassen. Gib ihm den Finger und er nimmt die Hand. Den Rebellen, ja, das weiß ich doch. Oh, was ist das? Ich nehm' erstmal alle Sachen hier mit. Ja, ich nehm' auch Munition mit und so Zeug. Aber ich weiß, wer der Heli... Warte mal hier, Nachschub... Ne, den wir verklauen, den Heli. Den könnten wir mitnehmen, müssen wir nicht, aber... Doch, da steht dran, stehlen. Nein, da steht dran, aktivieren und verteidigen Sie den Sender der Rebellen, du Schonmaier. So, oder wollen wir den Hammer hier mitnehmen, mit dem Geschütz drauf? Ne, schon mit Heli mit. Da, du bist so ein Arsch, warum? Lässt mich dann erst wegrennen. Na, steckt doch eine Eugen. Scheiß Heli mit, der noch in den Abschub bekommt. Tschüss! Hey, der sieht aus wie der FIB-Hubschrauber da von GTA, bloß die Mini-Ganzen nicht dran. Ja, und der sieht irgendwie viel schöner aus. Dann fahrts mal ab, so nachschuben, müssen wir noch mit dem Flugzeug machen und so. Das wird richtig pimmelig. Und da unten sind Kühe. Hey Steaks, geilo. Hast du Hunger? Ich mach dir eins. Ja, nachher. Oh, okay, jetzt müssen wir sie essen. Was ne geale Aktion. Der hat erst ein schöner Tag für meinen Hubschrauber geklaut hat. So. Der ist ja kaputt gemacht, wir müssen sie essen. Und was gibt's denn hier? Ordenskisten. 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 Das ist eine Auszeichnung. Sieht aus wie eine Komplexpackung. Oder Herr Vorsitzender so. Was haben wir da auch? Ja, jetzt will ich erstmal kurz eine Munition und noch noch Kapistolenkisten suchen. Aber ich glaube, es gibt hier keine... Da hat er irgendwas mit Dokumenten. Okay, ich fahre. Dokumente wird genommen. Ey, warum nehmen wir nicht den kleinen Heli hier? Lass uns... Auf geht's, Mnar. Auf geht's, komm. Mama, kannst du da reinsetzen? Ach, der ist schon. Ich bin da, ich bin da. Ja, Fahrrad-Simulator Whitelands. Oh, ich bin da. Oh, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Obwohl, er kann aber ich da sein. Da gibt's nicht. Ich bin da. ich nehme mal den LKW und da ist ja jetzt hier in der Mitte war es gar nicht beschlagen kriegst du nicht mehr also machen wir doch die Konvoi oder wo gehen wir hin? wir fahren da hinten hin ok ich hab gewurzt und hole mir voll Zillow und du musst wegschnuppern scheiß Arsch und der HKW war geiler alle Schnauze sie hat auch ein bisschen was von Just Cause hier weißt du, so riesen Inselgedöns und Missionen runtergekommen das dritte Wendland also guten Tag ein M-Doc aber ein cooler Turbulator Sound hat der ja aber da für ein scheiß Wendekreis die Turis die latschen hier mitten auf der Straße rechts verlängst du passt doch auf Mensch rechts für die Stärkeren rechts für die Stärkeren rechts für die Stärkeren Entschuldigung 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 der hat ein scheiß Wendekreis der hat immer noch nach dem Park wüsste ich mal kurz Pause machen weil ich muss noch was machen für morgen weißt dann Arbeitsgedöns herrichten wäschig auf und den holen meine Arbeitsklamotten ja wie dann geht die Pause Viertelstunde vielleicht Au Anspruch Mausen weh ich am Reich und noch Brot für Brotzeit morgen raus vor dem Auftrauen so erstmal den Eingang versperren mit dem LKW und ne Drohne flattern ne ne wir müssen hier nur verteidigen hier beim Uni hab schon voll so dann starten wir mal die Scheiße müssen wir verteidigen ok Ups da kommt der erste Auto Aua auf auf wo kommen die Wichser von hinten kam einer Hörder Sack ey Berem so nah war ich nach J von Muni muss muni also doch drei Typen oder knallt gleich Aua 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 hier stehen zu viele Nauze Aua wie ist das Motherfucker Aua Aua ich verschießt das Geiß Sniper Arsch Der ist oben auf dem Berg oder? Dango ist tot heisst nicht mehr ähm wie gibt es hier einen Durchgang Jupp da kommt die nächste Karre fuck ich bin gleich down F*** euch granate fliegt rennst du hin ja hier und die und geben hallo ich bin hier am Boden oh scheiße die rennt zu mir die rennt zu mir nein ich will dich da hin blääh blääh däh so ein scheiß ja mach mal nochmal vielleicht muss man das bisschen und Springer ich bleibe hier oben genau ich nimm sie dann mit dem Sniper weg dann aktiviert das Teil mal, ich bin hier oben ich hab schon längst aktiviert Arsch, ich hab das gesehen Granate! Granate fliegt, nehmt das! Perfekte Scheiße! Shit, haben Zivilismus getötet Ja, da ist auch einer zu explodieren, in der Auto gerannt Der Sniper Kann man sich da eigentlich hinlegen? Mit C Okay Gut Da liege ich jetzt Okay Dann wieder vorne, alles rauf Dann wieder runter Wurde Wurde Hey Nene, wenn's vercheidigt. Und wer sollte den Rebell helfen? Mörser freigeschaltet. Geil. Ja, war doch nicht. Komm zu dir. Die beiden verwischen ihre Spuren. Aber meine Leute arbeiten daran. Schon bald werden wir mehr wissen. Entschuldigung, ich mach uns den Auto. So. Hallo. Ich werd dran denken. Grüß Gott, die Frauen, äh, Damen. Was? So. Ich glaub eine Mission können wir da machen. Wollen wir eine Mission? Ich höre. Ein. Oh, lass da rein. Ich hab ihn ein Dorf namens Kulta geflohen. Statt ihn an das Kartell auszuliefern, das ist versteckt. Verdammt blutig von ihm. Obwohl, der ist im Arsch. Na, Fehler hat aufgeholt. Nein. Auf geht's. Verstanden. Oh, keine gute Idee. Na toll. Der, der, der immer. Das ist kein Gta. Tschüss. Du musst mal weiter. Hey, will, will. Bleib dir auf. Es dreht sich das wieder. Das ist es. nicht dass wir in Ruhe mit deinem Scheiß direkt aus Thomas Meisterung ist ein Berg die Bündel Parkour da kommt sogar eins Gustav auch schon bin ich gleich krack nur genau beschlagnahmt die Abkürzung so jetzt kriegen wir es aber jetzt ist es aber easy kriegst du verdreht wieder die Karre später oder kannst du den nächsten Wald abholen können kann auch sein Prozent warum ist man Fragezeichen aus dem Weg auf die Kürmer recht Affe hören ja so nicht ja aus Verhören von der A so Gesimmel freilassen niederschlagen B verhören ich habe ein paar Fragen Arschloch ich komme zurück woher alles noch kaputt geht hier kriegst du spritze die Tille Arschloch hier hier boot flack aber auch eine Pause machen du bist ja mehr die Fresse doch nicht zu sagen wenn ich die Karte für die Typen hier ich bin ich war es noch ohne Auto ja ich wusste mir auch in dem Lambo Tybida könnte uns verraten ja 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 da ist doch kein Arschloch da ist doch kein Arschloch Schade das kein Autoradio gibt es aber ich habe es aus da wird er kann man es an aber ich habe kein Ziel kann nur der Fahrer ich weiß nicht ob man ob das überhaupt zu geben Copyright und sowas geht weiß ich ob es da irgendwas damit zu tun um unsere Freunde Moin Moin hey wir nehmen den Schieber heizt durchs Gelände und da ist Wasser hm das ist nicht so ja bei einem DLC gibt es auch Monster Trucks ja 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 kann man ja mal holen das kann man vielleicht dann mal ich glaube da reicht sogar wenn du die DLCs kaufst ich glaube ich weniger au au ich glaube da gibt es auch Level DLCs so mit anderen Maps und sowas es gibt EP Boosts ich glaube da tut kein Geld für EP aus eh guck mal mehr EP Boosts äh jetzt Alter wir sind weiter die Kalle geht ja ab aber das geht ja auch schlimmer aus au ne hast ja toll gemacht na die Schnauze boah wir hauen alle mit dem Heli ab da ist es ein Typen wir sind alle da drin Sprengung Alter ich will nochmal gucken wie man die auswählt die 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 äh Einstellung Natur irgendwo kann man auch die die Granat ah die kann man die Granat wechseln ich hab keine Haftdomben ach du schau noch eine Tür ist offen auf alle u nach oben hier müssen die Teile hier das Zeitdruck gibt es auch noch aus dem Weg aus dem Weg ja die die Griechen dieser Station die die das Ziel was er auf dem Fall ist schon lange Ich habe den neuen Knarre mitgenommen. Komm, wir nennen den Heli. Oh, da ist noch mal was. Da müssen sie aber nicht den Helikopter stehlen. Warte, warte, ich will die noch mal kurz essen hier. Ja, zu laut, da bleibe ich lieber bei meiner Geschalldämpften. Da nehme ich wieder mein Scharfschützengewehr. So. Ich lande hier. Lass mal erstmal die Drohne flackern, oder? Ja. Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Da ist gerade am kämpfen. Ziel Nummer 5. Auch im Haus vielleicht noch. Da ist einer. Töten sie den Befehlshaber dieses Lager, damit sie die Gegner schneller ergeben. Ah, wenn wir den töten, dann ergeben die sich. Da ist vielleicht da in dem Häuschen drin. Nee, der ist hier. Mit diesen Strichen da über dem Kopf. Ich würde sagen, den töten wir als erstes. Ah, der mit den Strichen da auf dem Ringel. Mhm. Aber der ist gerade in der Nähe von einem anderen. Ich würde den nicht töten. Ich würde den warten, bis er woanders dahin geht. Warte mal, den habe ich hier im Visier. Ja, nee, da sind aber viele, die es sehen. Ach, Endok. Idiot. Du, wenn ich in den Helikopter einsteigen, dann mach ich nicht. Kein. Ich habe Koppel. Was? Der Heli ist noch ganz. Der ist kaputt. Wegen dem scheiß Explosiv, was da lebt. Und die Schnauze an die. Mann, 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 Mann. Halt die Sch... Och, Gustav. Ich hab's versaut. Du Arsch, noch mal die Fresse. Ey. Drecksack. Endok hat's versaut. Oh. Freut er sich auch noch. Oh, Nachschub. Wir lassen die Rebellen wissen, wo sie den Nachschub finden. Sie können uns später danken. Aber hier sind noch mehr Grünepunkte im Haus drin. Das sind grad 100 Punkte für den Helikopter einer 2000 gekriegt, du. Ja, wir können den LKW ja auch noch markieren hier. Der bringt nix. Normaler LKW. Mit kein Nachschub. Äh. Ja, jetzt nicht. Ja, dann lass uns den LKW-Clown zum Abkommen. So, Scheiß. Mensch, das schöne Heli. Soviel zum Thema, die ergeben sich für den Abknall. Ja, die ergeben sich schneller, das heißt, dass sie sich ganz entnehmen. Ja, das hat gleich die Zeit. 28. 28. Ja, dann brauche ich dir. Auf die Schnauze. So. Machen wir die, 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 die. Die, die, die. Das ist ja auch ein Scheißflugzeug. Im nächsten Pferd. Oder auf Screen. Oder was auch immer. Ja, ja, ja. Dann bitte irgendwann. Tschüssi, tschüssi.